jo servus leute und willkommen zum kompletten sololane guide für anfänger in diesem guide gehen wir die basic durch die man über die sololane wissen sollte dann gehen wir die götter durch die man auf der sololane spielen kann das laning phase also wie es abläuft auf der sololane dann die builds also was für items man kauft auf was man sich fokussieren sollte und am ende gibt es noch extra info zum proxy farming und rotation und vorab noch als info alle begriffe die ihr hier hört könnt ihr in unserem smart lexikon guide euch noch mal anhören erklären lassen von uns da es hier bestimmt begriffe geben wird ihr nicht verstehen werdet und falls ich mal vergesst irgendeinen begriff zu erklären dort findet ihr auf jeden fall alles ich werde das oben für euch verlinkt los geht's mit den basics zur sololane zuerst sollten wir erstmal wissen wo die sololane sich überhaupt befindet dafür schauen wir uns die conquest map etwas genauer an die sololane befindet sich immer dort wo der fire giant ist das heißt wenn ihr auf der conquest map startet und der fire giant ist auf der rechten seite dann ist auch da die sololane und wenn ihr auf der anderen seite startet und der fire giant ist auf der linken seite dann ist auch da die sololane außerdem haben die türme auf der solo lane eine geringere entfernung zueinander wie die auf der duo lane also schaut darauf dass ihr dahin läuft wo der fire giant ist und wo die türme eine kürzere entfernung haben so jetzt hat der sololane natürlich verschiedene aufgaben die erste aufgabe ist die eines frontline tanks frontline bedeutet ihr seid in einem teamkampf immer vorne also ihr seid nicht hinten irgendwo hinten und dreht däumchen ihr seid vorne in den gegnern drin und nervt sie dass sie kein damage machen können also dass sie nicht zu ihrem team rankommen einfach nerven wie es nur geht und da ihr vorne seid und bei den gegnern heißt das minimum zwei bis drei gegner werden auf euch eindreschen das heißt um in der frontline zu sein müsst ihr verteidigung bauen also kauft euch verteidigungs items damit ihr auch länger in der frontline aushält dann solltet ihr auf jeden fall objectives tanken können objectives tanken bedeutet ihr sollt die aggro vom schaden aufnehmen also zuerst in den turm reinlaufen dass der turm euch angreift und nicht eure magie oder euren atc damit die den tower kurz runterhauen können denn sie haben nicht so viel verteidigung wie ihr dann solltet ihr den farm ausnutzen die ein so den ein sololane hat ihr seid als sololane dauert alleine ihr kriegt eine volle minion wave alleine ihr müsst sie nicht teilen mit dem mit dem jungler und der mitlehnter zum beispiel oder der support und sein jäger auf der dual lane ihr seid dauernd alleine also nutzt das aus und farmt wie es nur geht und als letztes seid ein zweiter support für euer team also sorgt dafür dass die gegner nicht an eure team kameraden rankommen nervt die carries also die magier und jäger so jetzt kann man natürlich viele verschiedene götter auswählen um auf der sololane zu spielen aber man sollte schon darauf achten was man nimmt es ist nämlich nicht alles für die sololane gedacht eine der voraussetzungen um ein guter sololane sollte zum beispiel sein dass man ein gott nimmt der gute basis verteidigung hat das heißt von haus aus hat er schon eine höhere verteidigung das wären zum beispiel alle krieger alle krieger sind für die sololane gedacht also braucht ihr euch da keine sorgen machen ihr kann ich den nehmen oder nicht klar manche sind besser als andere oder man kann andere besser spielen aber alle krieger sind für die sololane gedacht so das zweite wenn man eine andere klasse auswählt sollte man darauf achten dass dieser gott sustain hat sustain bedeutet wie lange kann ich auf meiner lane überleben ohne zurück schnell in die wards gehen zu müssen das können zum beispiel magier wie baron oder hades oder zongui sie können sich alle selbst teilen und können deshalb länger auf der lane überleben also sind sie für die sololane auch gedacht bei den assassin sollte man darauf achten dass man auch welche nimmt mit dem man schnell abhauen kann falls jetzt mal weil sie mal gegangt werdet das heißt falls auch mal der gegnerische jungler auf eure lane kommt da wäre zum beispiel kann man so der kann mit seiner ulti abhauen kann hat das kann mit seiner ulti abhauen peli kann bitte mit ihrer ulti kurz wegdashen und sie haben alle einen guten lane clear und können auch gut auf der lane überleben lane clear bedeutet wie schnell man eine minionwelle töten kann so jetzt sind natürlich auch ein paar wächter für die sololane gedacht wie sobek oder kusenbo oder cabraken aber um ein wächter auf der sololane zu spielen braucht man schon ein bisschen mehr erfahrung da sie keinen also nicht alle haben einen guten lane clear und auch nicht wirklich healing aber eine gute hohe verteidigung aber ich würde mich erst mal auf die kriegerklassen fokussieren und wenn ihr ein bisschen mehr erfahrung gesammelt habt könnt ihr auch die anderen dörter spielen jäger habe ich bewusst weggelassen jäger sind nicht für die sololane gedacht und ich würde sie auch nicht empfehlen denn ihr seid ihr sollt später die gegner nerven und auch was aushalten und als jäger unterhaltet ihr nichts aus außer ihr baut übel zur verteidigung aber wenn ihr als jäger nur auf verteidigung baut macht ihr keinen schaden also seid ihr noch mal nutzlos so weiter geht es mit der laning feld hierfür habe ich mir gedacht schauen wir uns einfach mal die ersten paar minuten eines sololane games an und wie es so abläuft am anfang als sololane ist es wichtig dass ihr euch warriors blessing holt dieses item gibt durch verteidigung ein bisschen leben und jedes mal wenn ihr dem gegnerischen gott schaden zufügt kriegt ihr noch mal leben und mana zurück außerdem könnt ihr euch dadurch euer blessing stacken und bei 15 stacks verwandelt es sich und gibt euch noch mal extra verteidigung das ist ein sehr gutes item für einen sololane da ihr als sololane damit länger auf der lane überleben könnt und nicht so schnell zurück müsst dann kauft ihr euch am besten chalice of hp das gibt euch über zeit über eine gewisse zeit leben zurück und ihr kriegt davon direkt drei stück und jedes mal wenn ihr zurück in die base geht da lädt sich dieses item erneut auf also das heißt wenn ihr das item dreimal benutzt habt habt ihr danach ja null und ihr geht zurück in die base danach habt ihr automatisch wieder drei ohne noch mal dafür gezahlt haben zu müssen dann kauft ihr euch noch multipods zusammen mit multipods und chalice wenn ihr beide aktiviert kriegt ihr dann pro sekunde 15 leben zurück da sich beide addieren und somit habt ihr dann mehr zu stehen und könnt länger überleben da das ein anfänger guide ist entbilde ich euch als erstes item teleport mit teleport könnt ihr euch zurück zu eurem tower teleportieren das könnt ihr ausnutzen zum beispiel wenn ihr wenig leben habt und ihr bis zurück dann könnt ihr ganz schnell in die base gehen euer leben wieder auffüllen ein item kaufen und zurück zum tower teleportieren als sololaner könnt ihr entweder auf der lane oder beim blubuff starten wenn ihr beim blubuff startet achtet darauf dass der blubuff weitere minions spawnen lässt das heißt wartet mit eurer ability und setzt sie dann ein wenn sie alle gespawnt sind wenn ihr auf der lane startet dann fangt an die minions anzugreifen aber achtet drauf wo er jungler ist und wenn er beim blubuff ist dann macht euch auf den weg zum blubuff und klärt es mit ihm zusammen auf der lane trifft ihr dann den gegnerischen sololaner der ist für gewöhnlich alleine der andere jungler sollte dann eigentlich wieder in die mid lane gehen aber schaut darauf dass er euch nicht gankt oder sowas die sololane spiele ich immer so ich werde es auch aus meiner erfahrung euch erzählen das hat sich für mich immer gut ausgeteilt und zwar dass ich den gegner und die minuten immer gleichzeitig versucht zu treffen mit meinen fähigkeiten erstens selbst ihr dadurch den gegner macht ihm das zweitens macht ihr den minuten damage und die minuten müsst ihr erklären dritten steckt ihr noch gleichzeitig euer blessing und das ist ja euer ziel euer blessing schnell zu stecken das heißt ihr macht drei sachen auf einmal jetzt macht den gott schaden macht den minuten schaden steckt euer blessing wenn ihr besser seid als der gegner das heißt ihr drängt ihn zurück in seinen tower ihr killt die minuten schneller als er dann nutzt die zeit und versucht das totem zu machen das gibt nämlich jeden fall in eurem team 25 gold und noch mana regeneration also extra noch oben drauf somit sorgt ihr dafür dass euer magier zum beispiel oder euer jäger auf der dual lane nicht so schnell zurück muss und weniger mana probleme hat als der gegner das war es auch zur laning fest das läuft für gewöhnlich auf der solo lane immer gleich ab ihr startet auf der lane oder ihr startet beim blubuff holt euch den blubuff geht auf die lane kämpft mit dem gegner schaut auch darauf dass wenn ihr auf der lane anfängt nicht zu lange braucht um zum blubuff zu kommen denn ihr solltet auf jeden fall xp von blubuff kriegen sonst wird vielleicht der gegnerische solo laner vor euch level 2 weil er den xp von blubuff bekommen hat und nur die alle minions von der wave dann wird er vor euch level 2 und wenn ein gegnerischer solo laner level 2 wird und ihr seid noch level 1 dann geht durch den gegnerischen solo laner das kann ich euch versprechen achten also achtet darauf dass ihr genug xp kriegt und dass euer solo laner nicht vor euch level 2 wird aber achtet auch darauf dass wenn er vor euch level 2 wird dann passt ganz kurz auf und geht nicht rein denn er wird euch auf jeden fall auseinander nehmen worauf ihr noch achten solltet ist dass in smite die gegnerischen minions euch fokussieren euch angreifen werden wenn ihr einen gegnerischen gott in der nähe schaden zufügt das heißt ihr greift euren gegnerischen solo laner an was machen die minions die fokussieren euch und werden euch angreifen und minions schaden ist am anfang sehr hoch also am anfang versuchen nicht zu viel minion schaden zu pressen wenn ihr dem gegner schaden zufügt schaut dass ihr ein bisschen nochmal zurückläuft dass ihr dass die minion sich wieder auf die gegnerischen also auf eure minions fokussieren und nicht mehr auf die euch was zur laning phase noch gehört ist wie ihr die wave clear dafür gibt es verschiedene möglichkeiten ihr nutzt es wie bei sumo kong zum beispiel dass seine 1 eine weite range hat und trefft den gott während ihr die minions gleichzeitig trefft oder wenn ihr einen gott habt deren auto attacks mehrere minions gleichzeitig treffen dann nutzt ihr das indem ihr den gegnerischen gott einmal mit eurem ability trefft und dann zu den hinteren minions läuft und die vorderen minions dafür sorgt dass sie euch folgen und so die minions gruppiert und dann könnt ihr nur mit euren auto attacks zum beispiel von thanatos hier die minions alle gleichzeitig treffen weil sie gruppiert sind das könnt ihr für viele verschiedene götter machen und ich würde euch raten dass ihr das bei göttern die das können auch echt ausnutzt zum beispiel hier von beluna in dem ihr den gegnerischen gott trefft sorgt ihr dafür dass sich die minions sammeln und dann könnt ihr mit eurem hammer alle minions gleichzeitig treffen während der gegner immer noch dabei ist die wave zu clear könnt ihr schon ihn angreifen oder zu ihrem blubach gehen das funktioniert ungefähr immer leute also wenn ihr das könnt wenn ihr ein gott habt der werdet ihr mir jetzt gleichzeitig treffen kann dann nutzt das auch aus kommen wir zu dem bild seines sololenas ihr müsst wissen als sololena baut ihr niemals die gleichen items da ihr immer verschiedene gegner habt deshalb müsst ihr auch immer verschiedene items kaufen so euch jetzt einfach nur irgendwelche kompletten fertigen bild vorzusetzen bringt euch gar nichts denn ihr versteht trotzdem nicht hinterher wieso man das kauft also gehen wir jetzt zusammen einfach mal durch welche items wir gegen einen gegner den wir haben kaufen können so gehen wir davon aus ich spiele osiris auf der sololena jetzt habe ich ein gegnerisches team mit einem Hades der mein gegnerische sololena ist ein Tanathos der der gegnerische jungler ist Anur als gegnerische ADC Afina als Support und Ultra in der Midlane so da das ein Anfänger Guide ist gehen wir vom sichersten Weg aus das heißt wir kaufen uns unser Warrior's Blessing unsere Pods und unser Teleport mit dem Warrior's Blessing und den Pods haben wir viel Sustain das heißt wir überleben viel länger auf der Solo Lane da wir beide unsere Pods einsetzen können um uns schneller hoch zu heilen und wir genügend Pods auch haben um unser Leben aufzufüllen mit unserem Teleport haben wir die Sicherheit dass falls wir sterben falls wir irgendeinen Fehler machen oder der Jungler vom Gegner auftaucht und wir sterben da können wir mit dem Teleport schnell wieder zurück und verlieren keine Minion jetzt haben wir Hades als Solo Lane Gegner Hades ist ein Magier der sich sehr viel heilt um denen entgegenzuwirken kaufen wir uns direkt am Anfang Pestilence Pestilence ist ein Item das gibt euch sehr viel magische Verteidigung und es sorgt dafür dass sich Hades weniger mit seinen Fähigkeiten heilt jetzt denken sich viele wird der kauft sich keine Schuhe als Solo Lainer ist das nicht schlimm manchmal ist es sogar von Vorteil keine Schuhe zu kaufen sondern direkt ein Item das gegen den Gegner wird so jetzt kaufen wir uns unsere Schuhe wir sind Osiris Osiris ist ein Gott der viel auf Basisangriff fokussiert deshalb kaufen wir uns Angriffsgeschwindigkeits Schuhe da ich später in der Frontline bin das heißt vorne in den Kämpfen und umzingelt von mehreren Gegner die auf mich einschlagen brauche ich auch viel Leben also hole ich mir in dem Kampf hier Sledge Sledge gibt mir sehr viel Leben und noch Power so wie wir sehen haben die Gegner zwei Jäger Jäger gehen für gewöhnlich auf Angriffsgeschwindigkeit was können wir uns holen um den Gegnern auf den Sack zu gehen da holen wir uns mit Guardian Mane mit Guardian Mane sorgt dafür dass die Gegner die euch mit Basisangriffen treffen weniger Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit haben und da die zwei Jäger haben mit sehr viel Angriffsgeschwindigkeit wird mit Guardian Mane eurem Team helfen indem die gegnerischen Jäger weniger Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit haben als Solo-Laner ist es ja auch eine Aufgabe den Gegner auf den Sack zu gehen also wird euch diese Seite sehr helfen und den Gegner auf den Sack gehen jetzt können wir uns bestimmt schon unser zweites Intellekt holen wenn wir Level 12 sind ich würde mir hier entweder Torn oder Shell holen Torn sorgt dafür dass die Gegner 40% von dem Schaden den sie euch erleiden zurückkriegen das ist ein sehr gutes Item gegen Jäger und da sie 2 davon haben ist es perfekt oder ihr holt euch Shell Shell sorgt dafür dass eure Team Kameraden für eine kurze Zeit mehr Leben haben als Schild und wenn ihr Shell geabgeredet habt kriegen eure Team-Mates noch 2 Blocks Decks das heißt wenn sie mit 2 Basisangriffen getroffen werden machen die denen keinen Schaden und da sie da die Gegner hier 2 Jäger als Götter haben ist das auf jeden Fall auch ein sehr gutes Item für euer Team so jetzt haben die Gegner eine Affina als Support Affina hat eine Fähigkeit mit der sie den Fokus auf sich ziehen kann das heißt sie sorgt dafür dass ihr sie angreift anstatt zum Beispiel den ADC auf den ihr gehen wolltet also kauft euch hier Magiskloak das sorgt dafür dass ihr alle 70 Sekunden immun gegen solche Fähigkeiten seid die sich Crowd Control nennen so jetzt haben wir 5 Items gekauft es ist Zeit Warriors Blessing zu verkaufen was kauft man sich hier das ist ja mal situationsbedingt bei dem Team hier würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal Spirit Rope kaufen das gibt euch nochmal magische und physische Verteidigung und ihr seid weniger handlungsunfähiger das heißt wenn ihr 2 Sekunden lang betäubt seid sorgt Spirit Rope dafür dass ihr nicht 2 Sekunden lang betäubt seid sondern 1,5 Sekunden zum Beispiel ihr seht worauf ich hinaus will Leute ihr müsst euch als Solo-Laneer einfach mal immer die Frage stellen hey wer sind meine Gegner was können sie und dann kauft gegen die Gegner und denkt dabei natürlich auch an euch wenn ihr denkt hey ich brauch mehr physische Verteidigung weil mich der gegnerische Jäger voll runter haut dann kauft euch physische Verteidigung klar das braucht Erfahrung verstehe ich auf jeden Fall aber ihr solltet trotzdem verstehen wie man vorgeht und wenn ihr das Spiel länger spielt dann werdet ihr das irgendwann auch verstehen das ist jetzt natürlich immer noch situationsbedingt es kann ja sein dass die gegnerischen Jäger hier einfach nichts treffen und schlecht sind aber der gegnerische Hades übelst gut ist und euch runter haut mit seiner magischen Power und euch Pestilence überhaupt nicht ausreicht dann holt euch halt nochmal mehr magischen Defense gegen den Hades oder gegen den Thanatos wer weiß fragt euch einfach im Laufe des Spiels wenn ihr zum Beispiel gestorben seid hey wieso bin ich gestorben wer hat mir so viel Leben weg gehauen und dann kauft gegen ihn wer macht euch gerade Probleme bei den Gegnern kauft gegen die was brauche ich um länger zu überleben stellt euch diese Fragen dann werdet ihr schon auf eure Items kommen da das hier ja schon ein bisschen Erfahrung braucht werde ich euch ein paar Beispielbilds vorsetzen die ihr benutzen könnt auf der Solo Lane damit ihr nicht komplett aufgeschmissen seid ihr müsst erstmal das Spiel lernen und die Items lernen und die Götter kennenlernen und wenn ihr das Spiel dann später ein bisschen besser könnt dann schaut auf jeden Fall trotzdem dass ihr nicht die gleichen Items immer kauft und versucht es auf die Gegner zu fokussieren da hätten wir einmal Amaterasu Guanyu Herkules Osiris und zum Wukong wenn ihr euch die Builds genauer anschauen wollt dann könnt ihr einfach das Video stoppen die Builds kann man auch auf andere Solo Lane übertragen vorausgesetzt den Krieger ich habe mich hier jetzt nur auf Krieger fokussiert und wie gesagt später irgendwann wenn ihr das Spiel besser könnt schaut drauf dass ihr nicht immer die gleichen Items kauft sondern je nach Situation euch dem Gegner anpasst Proxy Farming ist wohl der effizienteste Weg um auf der Solo Lane zu farmen Proxien bedeutet ihr cleart die gegnerische Minion Wave hinter dem Tower des gegnerischen Solo Lainers noch bevor die Minion Wave überhaupt sich in der Mitte eurer Lane mit der Wave von euch schippt wie läuft das ab und zwar gehen wir mal davon aus dass ihr den gegnerischen Solo Laneer gekillt habt oder er zurück in die Base musste weil er zu low war oder er vom Level her so behind ist dass er eh nichts machen kann dann läuft ihr also dann cleart ihr die gegnerische Minion Wave läuft durch den Tower durch und widmet euch schon dem nächsten Wave der eigentlich gerade mit eurer Minion Wave zusammentreffen würde in der Zeit in der ihr das gecleart habt habt ihr Zeit gewonnen das heißt während der gegnerische Solo Laneer gerade eure Minion Wave erst cleart könnt ihr schon sein Backcamp invaden oder seinen Speed Buff mit eurem Jungler zusammen invaden vom Jungler und wieder zurück kommen und schon die nächste Wave ist hier angekommen und ihr habt nichts verfallen ihr habt kein XP verloren ihr habt kein Gold verloren da ihr die Wave schon vorher gecleart habt ihr könnt jetzt zum Beispiel auch zurück in die Base gehen euch ein Item kaufen und müsst euer Teleport nicht verwenden um zurück auf die Lane zu kommen da ihr ja sowieso schon eine Wave gecleart habt bevor ihr eine Wave überhaupt proxied sollte eine Bedingung erfüllt sein ihr solltet wissen wo sich die Gegner aufhalten also schaut auf die Map bevor ihr überhaupt proxied denn wenn der gegnerische Jungler euch gankt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass ihr gegangt werdet da ihr euch zwischen zwei gegnerischen Towern befindet und ihr werdet gegangt und stirbt dabei dann ist das sehr schlecht für euch ihr werdet dann nämlich den Lead den ihr vielleicht bis dahin aufgebaut habt wieder verlieren denn euer gegnerischer Solo-Lainer wird dann farmen können während ihr tot seid also passt darauf auf wo der Jungler sich gerade befindet unter dem Lainer bevor ihr das macht zu wissen wann man als Solo-Lainer rotiert ist echt schwierig das braucht nämlich echt Erfahrung im Spiel ihr müsst nämlich abwägen können ist es grad wichtiger die Midlane zu rotieren oder soll ich gerade lieber auf meiner Lane bleiben das braucht Erfahrung ähm nicht schlimm ich werde hier euch trotzdem ein paar Beispiele nennen wann man rotieren sollte welche Pratsetzung ihr erfüllen solltet um zu rotieren das erste was ihr wissen solltet ist niemals eine Minion Wave wegwerfen für eine sinnlose Rotation das heißt niemals eine Minion Wave vom Gegner also in den Tower von euch laufen lassen nur weil ihr gerade ein Backcamp hinten in eurem Jungle machen wollt also immer zuerst versuchen die gegnerische Minion Wave zu klären und dann erst rotieren denn ihr wisst keiner kriegt so viel Farben wie ein Solo-Lainer also wirft euch nicht wirft nicht die Minion Wave weg nur um morgen scheiß zu machen um in den Jungle rum zu laufen klar wenn ihr jetzt zum Beispiel die Gold Furrier mit eurem ähm mit eurem Team sichern wollt dann werft die Minion Wave von mir aus weg dann lohnt es sich aber ansonsten nicht so hier haben wir ein Beispiel von einer guten Rotation und zwar gibt es in der Mitte gerade einen Teamfight der Subokong und der Herc die beiden kämpfen gerade so was macht der Subokong der Subokong cleart die Wave und direkt rotiert er in die Mitte es gibt hier nämlich auf der Solo-Lain aktuell gar nichts der Herc ist noch damit beschäftigt die Waves zu klären das heißt klar du könntest jetzt versuchen den Herc anzugreifen und so aber es lohnt sich viel mehr in die Mitte ein paar Leute zu killen und eurem Team zu helfen also was macht der Subokong er rotiert in die Midlane blinkt rein überrascht die Gegner klar der Huyi ist auch da aber egal und somit kehren sie zwei Leute das war ein Beispiel von einer sehr guten Rotation der Herc ist jetzt zwar da aber viel zu spät Rotations müssen nicht immer unbedingt für einen Teamkampf sein ihr könnt auch einfach rotieren um den gegnerischen Jungle zu invaden Schauen wir uns hier für einen Beispielpunkt zum Wukong an was er hier so macht er ist auf der Lane wartet auf die Minions erklärt die Minions easy seine Wave ist noch komplett da während Herc das Totem macht fataler Fehler Leute kein Totem machen während da eine Minion Wave ist nichts ist wichtiger als die Minion Wave haben wir gelernt so während die Wave in den gegnerischen Tower läuft läuft er Subokong in den gegnerischen Jungle und invadet das Backcap und klaut dem Jungler seine Erfahrung und Gold so währenddessen läuft er hier so rum schaut was es so gibt gibt aktuell nicht viel also läuft er zurück in die Lane während der Herc wieder backt und er hat kein Farm verpasst die nächste Wave ist da dreht die reiche Sekunden hat er sehr gut ausgenutzt clear die nächste Wave und geht wieder in den Jungle und schaut was es so gibt ihr seht schon Leute rotieren ist gar nicht so schwierig geht einfach immer auf Nummer sicher dass ihr keinen Farm verpasst clear die Wave lauft in den Jungle schaut einfach mal was abgeht ihr seht ja auf der Map wo euer Team ist und wenn sie gerade dabei sind irgendwas zu invaden lauft zu ihnen zur Sicherheit kann ja sein dass die Gegner kommen seid da und dann lauft wieder zurück in die Lane damit ihr nichts verpasst außer ihr wollt grad noch eine Gold Fury machen und ansonsten ist es immer das gleiche später irgendwann werdet ihr wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung habt abwiegen können was wichtiger ist gerade aber für den Anfang fokussiert drauf dass ihr keine Wave verpasst dann lauft in den Jungle und schaut einfach mal ob irgendjemand Hilfe braucht ob ihr gerade Gold Fury machen wollt dann lauft dahin teleportiert dann danach zu eurer Lane Jo das war's mit dem Solo Lane Guide Leute ich hoffe es hat euch gefallen und es hat euch weitergebracht und offene Fragen beantwortet falls es das Video euch gefallen hat dann schreibt es in die Kommentare falls ihr noch Fragen habt schreibt es in die Kommentare wenn ihr wollt join unserem Discord Link in der Beschreibung wir helfen euch auch gerne weiter bei anderen Fragen und ich erkläre euch auch alles gerne nochmal haut rein Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung sie helfen uns das auszudrücken was wir als Firma anders sehen als andere wir sehen uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal